so die nächste kiste nachkommen die gehau doch mal was gescheites raus ich meine für die lokus eine richtig geile tarnung wäre auch mega fresh weil ich die dernächst unbedingt auch mal spielen will bis jetzt habe ich überhaupt nicht gesnipet episch vorstoß ja auch so eine waffe die ich wahrscheinlich nicht spielen werde klingt auf jeden fall erst mal richtig nice kommt drauf an was er dann sagt ne alter diese scheiß holz tarnung oder fällt sieht genauso scheiße aus braucht kein mensch wieder mal nichts bekommen sehr gut dann machen wir direkt die nächste kiste auf nacht prophet kopf thema zog ich eigentlich auch sehr sehr selten kommen richtig geile tarnung meine lieblingswaffe warum kann ich sowas nicht für die m8a7 bekommen es wäre doch mal richtig nice ihr merkt schon ich liebe diese waffe auch wenn die bei mir manchmal so scheiße connected aber ich finde sie trotzdem richtig geil ich liebe irgendwie bürstwaffen ich weiß nicht warum ganz knapp ok jetzt auch nicht so besonders dann machen wir eine weitere kiste auf mein gott weil da schlecht top ja mach schon auf sagt er so schaut es ausschauts aus oh mein gott wieder nur scheiße oh ne leute warum denn viel scheiß lmg man ich spiel so scheiß doch nicht es sieht auf jeden fall schon mal geil aus ist bestimmt auch animiert oder so aber für die waffe doch nicht leute was los oh shit dicker monochrom habe ich gehört so richtig geil sein ist zwar für eine waffe die ich bis jetzt auch noch nicht viel gespielt hat aber ich glaube allein wegen chattano werde ich bestimmt mal ausprobieren was haben wir hier noch legendär ja gut spiele ich nicht shit man vor dem patch wäre das geil gewesen ist glaube ich schon das zweite legendäre was ich für diesen spezialist habe aber so san francisco naja sieht auch nicht wirklich toll aus zumindest gefällt es mir nicht machen wir die nächste kiste auf ein paar haben wir ja noch ist da nicht mehr so viel die klaue sieht irgendwie geil aus kann bestimmt coole sachen mitmachen aber wieder keine tarnung die ich brauche energie zweimal inferno mein gott naja jetzt haben wir nicht mehr so viel kisten jetzt möchte langsam mal was gescheites bei rauskommen kontrast werder ritter was für eine scheiße schon wieder für die waffe immer für irgendwelche waffen die ich nicht spielmann was das für eine scheiße aber das meiste so man bekommt immer irgendwas was überhaupt nicht gebrauchen kann battery drohen gehst du ok naja obwohl das messer eigentlich relativ cool aussah auch wenn es so eine normale tarnung war naja komm schon geiler braucht er auch kein menschlob hm wo schaut es aus komm schon komm schon rieber kopf wird er sich wahrscheinlich auch wieder magic freunde spielt diese klasse relativ gerne hier spielte ja nicht so oft aber sieht schon irgendwie abgespaced aus ja schon hm naja nicht so ganz mein geschmack aber gibt bestimmt genug leute denn das gefällt wie auf einmal wird die holztarnung haben oh man leute wird richtig knapp we will spiele ich doch auch nicht mein gott tarnung dragon tarnung funken wieder für die waffe mein gott die wissen welche waffen ich nicht gern spiel ich hatte zwar schon ein paar gute sachen dabei aber nichts was ich so wirklich gebrauchen könnte jetzt wird es langsam eng leute noch sieben kisten komm schon bitte jawohl wieder nur scheiße wie soll es auch anders sein ah sunshine klingt ganz cool schaut jetzt auch so ganz fresh aus aber irgendwie glaub ich haut mich das auch nicht so vom hocker so leute noch fünf kisten fünf fucking kisten da wird wohl irgendwas noch bei drin sein was man irgendwie gebrauchen könnte Delfin Kontrast ach komm noch vier Beete Beete Toll wieder nur scheiße oh man oh man oh man jetzt wird es eng klatschen ich sehe gerade wie viel zeug man hier eigentlich bekommen kann bis man da irgendwas hat was einem wirklich irgendwie gefällt oder was man halt auch spielt zu bekommen die wahrscheinlichkeit wieder so mega gering toll so leute die letzte fucking kiste und ich hoffe einfach ich bete zu gott dass da irgendwas gescheites dabei rauskommt so tief durchatmen letzte kiste leute komm schon hau was raus hau was raus jawohl digger wenigstens noch eine krasse tarnung ich hoffe es zumindest für die m8 a7 ich hätte es mir zwar gewünscht dass da was legendäres drin gewesen wäre oder irgendwie sowas hier das finde ich auch mega geil aber ich denke für die letzte kiste ganz okay HVK spielen glaube ich auch relativ viele ich natürlich wieder mal nicht ja Leute das war's ich habe leider keine krypto punkte mehr ich hoffe das ganze hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat auf jeden Fall den Daumen nach oben dann werde ich wieder so ein mega pack opening machen und ja mit dies worten will ich mich eigentlich nur noch verabschieden ich würde sagen Leute bleibt geschmeidig Lagerflock von der Hälfte bis zum nächsten Video euer Black IMS